Ich lerne Deutsch. Nummer 2894 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir sind nicht nur unterwegs. Manche Abende verbringen wir auch gemütlich vor dem Fernseher. Wir sind nicht nur unterwegs. Wir sind nicht nur unterwegs. Die Investition in Aktien hat sich gelohnt. Mein Vermögen hat zugenommen. Mein Vermögen hat zugenommen. Das ist erstklassig. Ich bin sehr zufrieden. Es hätte nicht besser sein können. Das ist erstklassig. Ich bin sehr zufrieden. Es hätte nicht besser sein können. Für manche Menschen ist das Mountainbiken eine sehr gefährliche Extremsportart. Für manche Menschen ist das Mountainbiken eine sehr gefährliche Extremsportart. Mir geht es nicht gut. Ich habe wieder Migräne. Nach einem anstrengenden Tag rauche ich eine Zigarre. Nach einem anstrengenden Tag rauche ich eine Zigarre. Nach einem anstrengenden Tag rauche ich eine Zigarre. Ich laufe noch vier Kilometer. In fünfundzwanzig Minuten bin ich bei dir. Ich laufe noch vier Kilometer. In fünfundzwanzig Minuten bin ich bei dir. Bleib dort sitzen, bis ich dich rufe. Bleib dort sitzen, bis ich dich rufe. Warum müssen wir hier so lange warten? Was ist passiert? Warum müssen wir hier so lange warten? Was ist passiert? Wir bringen diese Blumen zu unserer Oma ins Krankenhaus. Wir bringen diese Blumen zu unserer Oma ins Krankenhaus. Wir bringen diese Blumen zu unserer Oma ins Krankenhaus. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Meine Zahnbürste hat feine Borsten, die meine Zähne sanft und gründlich reinigen. Der Griff besteht aus natürlichem, biologisch abbaubarem Bambus. Meine Zahnbürste hat feine Borsten, die meine Zähne sanft und gründlich reinigen. Der Griff besteht aus natürlichem, biologisch abbaubarem Bambus. Es ist so sonnig, der Rollkragenpullover ist wahrscheinlich zu warm. Es ist so sonnig, der Rollkragenpullover ist wahrscheinlich zu warm. Das ist mein erster Baum. Ich möchte noch viele Bäume pflanzen. Das ist mein erster Baum. Ich möchte noch viele Bäume pflanzen. Das ist mein erster Baum. Ich möchte noch viele Bäume pflanzen. In meiner Apotheke gibt es verschreibungspflichtige Medikamente und viele andere Dinge, die für die Gesundheit wichtig sind. Kannst du mir das erklären? Kannst du mir das erklären? Ich verstehe nicht, wie diese Zahlen zustande kommen. Kannst du mir das erklären? Ich verstehe nicht, wie diese Zahlen zustande kommen. Eine sanfte Massage kann wunderwirken. Sie löst Verspannungen und kann leichte Schmerzen lindern. Ich verwalte meine Aktienanlagen mit meinem Smartphone. Ich verwalte meine Aktienanlagen mit meinem Smartphone. Ich bin mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester im Supermarkt. Ich bin mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester im Supermarkt. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Der neue Job ist wie für mich gemacht. Um unseren Speiseplan zu erweitern, bereiten wir oft Gerichte aus dem Internet zu. Wo kommen diese plötzlichen Magenschmerzen her? Ich habe doch gar nichts gegessen. Wo kommen diese plötzlichen Magenschmerzen her? Ich habe doch gar nichts gegessen. Diese Treppe führt eine Düne hinauf. Von oben kannst du das Meer sehen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020